Noch ein paar Zusatzinformationen, bevor ich zu meinen Abschlussworten komme. Wir werden auch im Core Backoffice ein Leaderboard haben. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, hier auch aktiv zu sein. Es gibt 3% Provision, aber für die Top Recruiter und für die Top Leader gibt es hier nochmal eine Sonderzahlung. Wir überlegen uns hier gerade, was wir genau machen. Dann, Dennis hat es gerade gesagt, es gibt gerade ein Interview mit dem Core-CEO. Magst du da vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen, wo das ist und wer hier auch... Ja, also... Ich werde dich einfach nochmal auf meinem Kanal auch nochmal ein bisschen interviewen, um da nochmal wirklich in die Tiefe reinzugehen für die verschiedenen Themen, was Core so besonders macht und was diese Technologie so besonders macht. Und da freue ich mich extrem drauf, wenn dieses Interview dann stattfindet, weil da hoffe ich dann nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Informationen aus dem Bostock-Kitzel. Absolut, aber da wird es eben sehr bald ein Interview auch noch geben von dem Core-CEO, der auch SSD nochmal erwähnen wird und dem Pre-Sale, also die Webseite core.socialsoft.io. Bald werden wir auch die Teilnehmerliste rund um Electric Love mit euch teilen, ja, und wir haben gerade vor kurzem ein Programmier-Update bekommen rund um die Log-Tools. Da liegen wir komplett in der Zeit. Das ist wirklich genial. Und in den letzten sieben Tagen ist auch wirklich viel Planung draufgegangen, rund um... viel Zeit und Energie für die Planung draufgegangen, rund um die Dubai Convention. Da freue ich mich auch schon drauf, also notiert euch im November, ja, unsere erste große Convention rund um Social Swap, wird auch Core eine große Rolle spielen. Ja. Ja. Und das ist ein